Also, wer also sagt, hat noch nichts gemacht. Heute geht es um Veganismus, Vegan sein. So, da ist natürlich erstmal vermutlich die Frage, ich bin vermutlich einer der schlechtesten Personen, die euch das erklären kann, was Vegan sein eigentlich bedeutet oder was das ist, was das mit einem macht, woher das kommt, wieso, weshalb, warum. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Und in meiner Beschäftigung der letzten Jahre mit Veganismus, Veganern und so weiter, habe ich natürlich schnell festgestellt, dass das eigentlich relativ einfach ist, was das bedeutet. Wenn man das jetzt auf ein Wort runterbrechen würde, würde ich sagen, tierleidfrei. So, weiß nicht, ob mir die Veganer dazu stimmen. So, dann gibt es natürlich eine Definitionsform von Veganismus. So, gucken wir doch mal nach, was das bedeutet, was das Internet sagt. Öffnen. Veganismus. Veganismus ist eine aus dem Vegetarismus, also vegetarisch, hervorgegangene Ernährungs- und Lebensweise. Viele verwechseln das, dass es nur Ernährung ist, aber es ist auch eine Lebensweise. Veganer verzichten auf alle Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. Also von Fleisch über Eier bis Fisch, was auch Fleisch ist, was viele unterschätzen, bis hin zu Honig, der von Bienen gemacht wird, Insekten natürlich und so weiter. Einige meiden darüber hinaus auch andere Tierprodukte, wie zum Beispiel Leder, also in Schuhen, Jacken und so weiter oder Autos, und lehnen weitere Formen der Nutzung von Tieren ab. Nutzung von Tieren wäre jetzt für mich zum Beispiel auch Eselreiten, Pferdereiten, Tierversuche, Aquarienfische einsperren, von bis. Ich wüsste nicht, ob Haustiere retten, also so einen geretteten Hund wie ich habe, oder gerettete Hunde wie ich habe, vermutlich nicht dazu gehört, aber dann stellt sich wieder die Frage, fütterst du die mit Fleisch, dann wird es alles wieder ganz schwierig. Der Veganismus stützt sich auf die Argumente aus den Bereichen Tierethik, Umweltschutz, Welthunger, Gesundheit und Religion. Aha, manche machen das auch aus religiösen Gründen. Okay. Nun gut. Also ihr seht schon, es ist jetzt nicht so super einfach, den Veganismus oder das Vegan zu definieren. Und ich glaube auch, dass das für jeden grundsätzlich irgendwie ein bisschen anders ist. So. Das ist das, was ich so gelernt habe. Wenn man sich jetzt mal anguckt, die Zahlen, gucke ich es mir doch gleich mal an. Das ist ja ein Livestream. Ich sage natürlich immer irgendwas, was ich so denke, aber validifizieren kann man das nicht. Dann sagen wir doch mal, Anzahl Veganer. Die Anzahl der Menschen in Deutschland, die sich selbst als Veganer einordnen, lag im Jahr 2020, laut der Allensbacher Markt, Werbeträgeranalyse, bei 1,58 Millionen. Damit waren es 170.000 Personen, mehr als noch im Vorjahr. Anzahl Veganer steigt. Anzahl vegetarisch-veganländen Menschen steigt. Krass. 9 Millionen Menschen, die sich für Ernährung ohne Fleisch und Fisch beziehungsweise ohne gänzliche tierische Produkte in Deutschland einsetzen. Vegan Trend, bla bla bla, geht alles nach oben. Vegan Restaurants geht nach oben. Veganismus geht nach oben. Also offensichtlich eine Ernährungsweise, eine Lebensweise, die immer mehr Anklang findet. So, ich habe natürlich auch mich schon mit vielen Veganern auseinandergesetzt, mit vielen Veganern über dieses Thema gesprochen, viel dazu gelesen. Und da reicht, wie immer, das von A bis Z von bis. Völlig krass. So, und hier schreibt es ja auch gerade, Aljoscha kennt sich mit dem Thema doch super aus. Ja, ja, mit dem habe ich mich auch schon ausgetauscht. Mehr als ihr wisst. Aber demnächst wissen werdet. So, und da ist alles dabei gewesen. Ich wurde selbst schon in Vorträgen gestört, beziehungsweise Zwischenrufe von, ich weiß es noch genau, wie sie aussah. Das lasse ich mal weg, das Äußere. Aber trinkst du eigentlich noch Milch? In so einem National Geographic Vortrag, wo ich dachte, Mann, ich halte doch hier gerade einen Vortrag zum Tierschutz. Was hat das denn jetzt damit zu tun? Und danach wurde ich richtig angegriffen und es gab eine hitzige Diskussion. Zum damaligen Zeitpunkt, das ist jetzt, das muss so fünf Jahre her sein, um und bei, würde ich schätzen, habe ich noch Milch getrunken tatsächlich. Heute trinke ich keine Milch mehr. Also keine Milch von Tieren. Sondern ich trinke Milch von Pflanzen. Punkt. Ich trinke eigentlich immer nur, ausnahmslos, Schznotmilk. Lieb ich. Ist für viele Veganer zu krass, weil schmeckt nach Milch. Okay, kann ich auch verstehen. Also Milch kommt mir nicht mehr auf den Tisch. Fleisch, also ich, genau, vielleicht muss ich mal sagen, was das, was das für mich bedeutet oder was es mit mir gemacht hat. Das ist jetzt aber meine ganz persönliche Meinung, mein ganz persönlicher Input zum Thema Veganismus. Ich werde natürlich gefragt, bist du vegan? Und das ganze Internet, wenn ihr das mal eingebt, Robert Mark Lehmann, vegan, beschäftigt sich damit, ob ich nun vegan bin, lebe, esse, seit wann, wieso, weshalb. Es gibt ganze Foren, wo du denkst, es gibt Videos gegen mich, für mich, von bis Diskussionen, Kommentare und so weiter. Spannend, dass ja auch die Leute da draußen natürlich immer mehr wissen über mich als ich selbst. Ich selbst würde mich, glaube ich, nicht unbedingt als vegan bezeichnen, wenn ich das jetzt in der Gesamtmasse sehe, nämlich Ernährung und Lebensweise, weil ich glaube, guck mal, wenn ich jetzt 100% vegan wäre, vielleicht könnte man es in so einer Prozentabstufung machen, dann würde ich kein Fleisch, keine tierischen Produkte, kein Honig, keine durch Tierversuche erprobten Medikamente, ich würde vermutlich kein Haustier halten, es nicht mit Fleisch füttern, die Lederschuhe wegwerfen, die Lederjacke wegwerfen, die mit Daunen gefüllte Jacke wegwerfen, kein Autofahren mit Lederbezug, ich habe sowieso kein Auto, aber aktuell, aber von bis, also, wenn ich es jetzt richtig für mich definieren würde, 100% vegan, müsste ich vermutlich halbnackt durch die Gegend laufen, nichts tun, nichts, oder wenig essen, weniger essen, anders essen, und es ist ganz schwierig, deswegen für mich zu sagen, ich bin vegan, allerdings haben mir schon einzelne Veganer bestätigt, Robert, du bist vegan, weil du versuchst, nach deinen Möglichkeiten, so gut es dir möglich ist, tierleidfrei zu leben, und das stimmt, das kann ich für mich definitiv so unterschreiben, ich versuche, möglichst tierleidfrei zu leben, Punkt. Nichtsdestotrotz, meine Ernährung, um das jetzt mal auf meine Ernährung runterzubrechen, ich ernähre mich zu 99% vegan, das stimmt, Punkt. Also, mein Morgen startet mit einem veganen Smoothie, da sind drin Äpfel, Bananen, Chiasamen, Goji-Beeren, gefrorene Früchte jeglichster Art, Kokosnussmilch und veganes Proteinpulver, habe ich was vergessen? Ne, so startet mein Morgen immer, dazu trinke ich einen Kaffee mit Snodmilk. That's it, das ist mein Frühstück. Zum Mittag mache ich mir ganz oft einen veganen Knusperburger mit Mango, Zwiebeln, Koriander, dies, das und zum Abendbrot esse ich, ich bin gerne ein Brotesser, aber da ist bei mir vegane Teewurst, veganer Fleischsalat, Gurken, Möhren, ich bin auch ein großer Gemüse- und Fruchtfreund. So ernähre ich mich eigentlich. Ich habe manchmal international auf meinen Expeditionen, das ist vielleicht ganz wichtig und auch das ist der für euch vermutlich, am schwierigsten zu verstehenste Punkt, nicht die Möglichkeit, mich vegan zu ernähren. Klar, das geht in einigen Ländern, wo die Ernährungsweise sowieso vegan ist, weil die meisten Menschen verwechseln unsere Ernährungsweise mit der Ernährungsweise weltweit. Ich war jetzt in 128 Ländern auf verschiedenen Expeditionen. Ich habe wirklich, eigentlich würde ich jetzt sagen, jede, jeglichste Ernährungsweise kennengelernt, vom Ultra-Fleischesser bis zum Ultra-Veganer, vom Selbstversorger, vom Jäger, vom Sammler, vom ganz arm in den Slums, vom Ureinwohner Afrikas und Süd- und Mittelamerikas, Selbstjäger, Jäger, ich habe alles erlebt. Und ich kann sagen, dass die Haupternährungsweise weltweit eher pflanzlich ist, so aus meiner Erfahrung von dem, was ich gesehen habe. Die Menschen in Afrika, wo ich war in den afrikanischen Ländern von Kenia bis Gambia bis Uganda, essen nicht den ganzen Tag Fleisch. Das ist totaler Quatsch. Die ernähren sich pflanzlich, Linsen, Reis, Bohnen, dies, das. Und in Kenia habe ich das persönlich so wahrgenommen und erlebt, als ich dort gelebt habe. Und das waren immerhin auch viele Monate, fast ein Jahr habe ich als Safari-Guide in Kenia gearbeitet. Und ja auch die Einheimischen kennengelernt und so weiter. Und da ging es darum, 24 Dollar zu sparen, das ganze Jahr für Weihnachten, um sich dann eine Mbusi zu kaufen, eine Ziege. Das ist deren Ernährungsform gewesen. So kenne ich das. Dann habe ich Leute erlebt, die fast nur tierische Produkte essen. Völker, die auf dem Meer leben oder vom Meer leben. Die ernähren sich natürlich rein tierisch. Dann habe ich Leute erlebt, die Jäger sind im Amazonas. Die von Affe bis Papagei, von Fisch bis sonst was alles nehmen, aber weil es gar nicht so viel gibt, sich überwiegend auf Maniok, Bananen und Reis beschränken. Ich habe Bevölkerungsgruppen kennengelernt in Indonesien, Papua und so weiter. Da wird dreimal am Tag Fleisch gegessen. Ich habe vegane Communities in westlichen Ländern erlebt, die rein vegan leben. Also ich habe wirklich alles Mögliche erlebt. Wichtig zu wissen ist, Fleisch ist durchaus teuer, aufwendig und für viele ärmere Menschen gar nicht so erschwinglich oder verfügbar. Problem daran ist jetzt, dass viele ärmere Länder auch reicher werden, Brasilien, Indien, China und so weiter. Es immer mehr Menschen gibt, die reicher werden, die immer mehr Fleisch konsumieren. Das heißt, müsste man sich jetzt die Zahlen angucken, Fleischkonsum weltweit ist eher durch die Masse an Menschen, die es gerade gibt, auf dem Aufsteigen erst. So würde ich das wahrnehmen. Ob das stimmt, müsst ihr überprüfen. So. In westlich geprägten, entwickelten Ländern, USA, Europa, aber auch sowas wie jetzt Malaysia, Australien, Neuseeland und so weiter, ist, glaube ich, langsam das Gedankengut da. Hey, wie gehen wir mit unseren Tieren um? Wie können wir uns gesünder ernähren? Wie kann ich weniger Tierleid verursachen? Was ist besser für die Umwelt? Da ist schon ein Trend zum Veganismus aus meiner Perspektive durchaus zu erkennen. Das würde ich jetzt mal so sagen. Punkt. Das ist das, was ich wahrnehme. So. Immer mehr meine Bekannten, Freunde und Kollegen werden vegan oder ernähren sich zumindest vegetarisch. Das ist auch eine Wahrnehmung, die ich habe. Zum Beispiel die Schnittbude, mit der ich immer wieder arbeite. Patrick Hammerschmidt, One Shot, der sagt zum Beispiel zu seinen Mitarbeitern, ich bezahle euch das Essen, solange es vegan ist. Dann kriegt ihr von mir jeden Tag Essen, was ich als Chef übrigens super geil finde und was die meisten Mitarbeiter dort auch wahrnehmen. Und Patrick bringen wir dann immer auch veganen Käse mit und so, wie von meiner letzten Reise und was weiß ich. Also von bis. Ich kenne natürlich immer mehr Veganer, weil ich natürlich auch in dieser grünen Bubble mich bewege, aber ich bewege mich ja auch in einigen Bubbles. Ich bewege mich ja nicht nur in der veganen Bubble, sondern eben auch von Outdoor-Expeditionen bis Fotografen bis Autos bis whatever. Ihr kennt mich, ich spitzle in jede Bubble rein. Aber auch da wird zunehmend das Bewusstsein größer. Ich bekomme immer mehr Hafermilch an Ecken, wo ich danach frage und wenn nicht, frage ich dann immer, hey, wieso nicht und sage mittlerweile auch natürlich immer, haben Sie auch normale Milch, also Hafermilch oder haben Sie noch Kuhmilch? Ich provoziere da natürlich auch, was das Thema betrifft, ein bisschen, weil ich mich mit der Milchindustrie ja auch beschäftigt habe. Grüße gehen raus an alle Landwirte an dieser Stelle nochmal, wer es nicht gesehen hat, mal ins Milchvideo rein spitzeln. Und ich persönlich habe mich in den letzten Jahren extrem verändert, was meine Ernährungsweise betrifft und was mein Verhalten Tieren gegenüber betrifft. Also, ne, ich, Leute, ihr müsst überlegen, ich habe das schon hundertmal gesagt, ich bin ein Aussie, ich komme aus Thüringen eigentlich, ich bin in Jena aufgewachsen. Leute, meine Eltern, also auf dem Essenstisch bei mir zu Hause in Jena in Thüringen ist dreimal am Tag Fleisch gewesen. Von Salami bis Wurst, von abends der Bratwurst bis den Gänsebraten am Wochenende, kurz gebratenes, also von bis. Wir haben den ganzen Tag immer nur Fleisch gegessen, so bin ich aufgewachsen. Das ist jetzt gar nicht despektierlich meinen Eltern gegenüber gemeint, sondern das ist eben einfach so gewesen, weil man es nicht anders kannte, weil man es so erlernt hat, weil es Tradition ist und so weiter. Also ich komme aus Thüringen, dort ist Fleisch Usus, Punkt. Ich habe früher als Student, wenn ich nach Hause zurückgekommen bin, nach Jena immer, als erstes angehalten mit meinem Ford Fiesta Dreitürer 54 PS Weinrot beim Grillteufel und habe mir als erstes eine echte Thüringer Rostbratwurst mit Senf im Brötchen geholt, weil ich das einfach geil fand. Und irgendwann mit der Beschäftigung, mit den Tieren, wo es herkommt und so weiter, kann ich natürlich keine Schweine mehr essen. Ich war großer Beefy-Fan, Freunde. Ich habe Beefys verdrückt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, teilweise 5, 6, 7, 8 Stück am Tag. Ich war der Ultra-Fleischesser und ich hatte natürlich auch immer das Gefühl, damals, als ich auch noch trainiert habe und 10 Kilo mehr, ne, 10 Kilo nicht, jetzt 8 Kilo mehr, hatte ich auch immer das Bedürfnis, ey, ich brauche eine Proteinquelle, ich muss Hühnerfilets reinziehen, Brokkoli und so weiter. Ihr kennt die ganze Scheiße. So. Also, ich weiß, woher ich komme. Wenn ich das mit heute vergleiche, wie ich mich heute ernähre, wie ich heute lebe, ist das eine fast 100%ige Umstellung. Also, ich ernähre mich überwiegend vegan, weiß es heute besser, dass Proteinquellen auch aus pflanzlicher Nahrung natürlich kommen. Und, ja, das ist einfach umgestellt. Nichtsdestotrotz habe ich erst vor ein paar Tagen meine Lederschuhe, die ich eigentlich gar nicht mehr trage, aber ich habe sie immer noch, ich will sie nicht wegschmeißen, sie sind ja super hochwertig, in eine Kiste gepackt und in den Keller gestellt. So. Ich ziehe auch noch eine Daunenjacke an, die mir meine Mutter mal irgendwann geschenkt hat. Die habe ich schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre. Die funktioniert ja noch. Die werfe ich jetzt nicht weg. Und die ist jetzt auch nicht so ein Statement wie eine Pelzjacke, aus meiner Sicht. Pelz ist immer noch mal ein bisschen was anderes. So. Ich kaufe in Deutschland überwiegend vegan ein und ich hatte heute Morgen erst ein Meeting mit meiner Buchagentin Regina, wo es darum ging, wie wir auch das Buch zu 100% vegan kriegen und so weiter. Also von bis. Ich beschäftige mich schon sehr damit und möchte möglichst vegan sein. Und es ergeben sich jeden Tag neue Dinge, neue Sachen und du stellst fest, auch Dinge wie Wein oder so ist nicht vegan. Und denkst, Moment mal ganz kurz, ich habe super gerne mal ein Gläschen Wein getrunken, einmal im Monat. Ist auch schwierig geworden. So. Und nur noch mal, um das auf die Internationalität runterzumünzen. Es ist mir manchmal nicht möglich, vegan zu leben. Wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt war ich wieder in Indonesien. Da haben wir überwiegend vegan gegessen, aber manchmal gab es eben einfach nichts anderes. Und dann nach einem 18-Stunden-Tag, wo du volle Leistung bringen musst und wo du unter Stress stehst und wo du eh schon die ganze Zeit abnimmst, dann Waffeln oder ein Omelett oder irgendwas zu essen, weil es sonst einfach nichts gibt und du auch nichts mit hinnehmen kannst. Du kannst ja auch nicht Lebensmittel einführen in den meisten Ländern. Dann kriegst du am Zoll spätestens Probleme. Dann wird es einfach schwierig. Und es wird auch schwierig, wenn du wie ich permanent nur unterwegs bist und nicht jeden Tag oder zweimal die Woche auf dem Wochenmarkt einkaufen kannst, auf deinen Kühlschrank zugreifen kannst und so weiter. Wobei ich sagen muss, es wird immer einfacher. Guck dir einen mit Friedrich Mühlen von Soko Tierschutz, habe ich da oft drüber gesprochen. Der sagte, als ich vegan wurde vor fast 30 Jahren, war das der Horror und es gab nichts. Und heutzutage ist es ja super einfach, dass man sich vegan ernähren kann. Es gibt an jeder Ecke und am Ende gibt es vegane Sachen, wenn du dich selbst versorgst sowieso. Also wenn du selbst einkaufen gehen kannst. Und manche Restaurants, jetzt war ich gerade lange wieder in Bayern unterwegs, die haben halt kein einziges vegetarisches oder veganes Gericht auf der Karte. Gut, ja, so ist das eben. Aber grundsätzlich kann man sich in Europa schon sehr gut vegan ernähren. International war ich manchmal einfach angeschissen. Wenn ich irgendwo im Dschungel unterwegs bin mit der Rhino Protection Unit oder irgendwo, keine Ahnung, wilderer Jager in Costa Rica oder sonst wo auf den Philippinen, ey, dann gab es halt im Gepäck nur diese bescheuerten Rahm-Nudelsuppen-Geschmack-Hühnchen. So, wie viel Huhn da jetzt wirklich drin ist, ist natürlich auch strittig. Aber von bis. Ihr seht schon, das Thema Veganismus hat viele Bandbreiten. Und das geht nicht nur von der Ernährung, die tierleidfrei sein sollte bei den Veganern, sondern es geht bis zu den Klamotten, die du anziehst. Und ein ganz spannendes Thema finde ich, zum Beispiel, du lebst jetzt in einer Partnerschaft, du hast eine Partnerin, die du liebst oder ein Kind oder Eltern, ist ja völlig egal, einen Menschen, der dir was bedeutet. Und du bist vegan und der auch. Und jetzt gibt es ein Medikament, was dich heilt. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt kein Beispiel parat, aber das ist nur ein Gedankenkonstrukt. Und dass es an Tierversuchen getestet wurden und du könntest damit geheilt werden, sagst du dann wirklich, ich mache das nicht, weil da sind Tiere für gestorben oder wurden gequält? Weiß ich nicht. Ich würde immer, dass der geliebte Mensch überlebt. Das würde ich immer wollen. Versteht ihr, was ich meine? Also ich glaube, da gibt es, ich glaube, es gibt grundsätzlich im Veganismus ganz viele Abstufungsformen von ultra krass gelebter Veganismus. Ich habe mir neulich auch ein Video angeschaut über einen, der einen ehemaligen Golflehrer, der ausgewandert ist in den Wald, vegan lebt und sagt, ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Ich treffe immer mehr Leute, die einen veganen Tag machen, zwei veganen, die immer mehr veganen einkaufen, die aber trotzdem noch einen Lederschuh tragen oder ein Autofahren mit Leder sitzen. Also ich glaube, die Wahrheit liegt da, aus meiner Sicht, irgendwo in vielen, vielen Mitten. So, und ich weiß auch gar nicht, wie Veganer tatsächlich dieses ganze Thema Zoo, Aquaristik, Haustiere, Exoten und wie die das eigentlich sehen. Damit müsste ich mich vielleicht auch mal beschäftigen. Okay. Und ich habe eben einfach ganz, ganz viele Leute getroffen, von deutsches Tierschutzbüro bis Soko Tierschutz, da machen nur vegane Menschen mit und die leben das auch. Größtenteils 100% vegan. Also von bis. Auch von den Klamotten, von allem. Ich habe auch Organisationen erlebt, Sea Shepherd, du darfst gar nicht aufs Boot, wenn du dich, also du darfst schon aufs Boot, wenn sie dich nehmen überhaupt, aber an Bord gibt es rein vegane Ernährung und kannst auch nicht rauchen und so. Also von bis. Es ist ein Thema mit vielen Facetten. So, ich habe ganz krasse Hardcore-Veganer erlebt, militante Veganer, Agro-Veganer, die mich richtig angepisst haben und die der Sache, glaube ich, nicht gerecht werden und die eher das Gegenteil erzeugen. Das fand ich ganz, ganz schlimm und unangenehm. Dann habe ich aber super gemäßigte Veganer, dann habe ich verständnisvolle Veganer, dann habe ich Veganer, die sagen, ja, die radikalen Veganer sind auch viel zu krass und die tun der Sache eher einen Abbruch. Also von bis. Nee, ihr merkt schon, ich habe es alles erlebt, also was den Veganismus betrifft. Ich habe Veganer, die gesagt haben, Robert ist nicht vegan, der ist ein Arschloch. Wie kann der nur zur Jagd gehen? Robert muss endlich aufhören, Tiere zu erschießen. Also Leute, ich habe zwar einen Jagdschein, aber ich habe auch noch nie, ihr wisst auch warum, wer mich kennt, weiß, warum ich einen Jagdschein besitze und warum ich Waffen besitze, aber ich habe auch noch nie ein Tier erschossen. Also immer bei der Wahrheit bleiben, ganz wichtiges Thema. Ich kenne auch Veganer, die trotzdem jagen, und sich das Fleisch dahergehend besorgen ohne Massentierhaltung und so weiter. Auch wieder eine Form des, ihr seht schon von bis. Es ist ein schwieriges. Und dann habe ich ganz verständnisvolle Menschen getroffen und das ist die Mehrheit, die sagt, ich lebe so tierleidfrei, wie es mir möglich ist. Und das tue ich auch. Punkt. Würde ich so sagen. Und am Ende glaube ich, dass es auch nicht darum geht, wer ist jetzt Veganer als ich oder ich bin noch Veganer als du. Das ist natürlich schön, wenn jemand noch Veganer ist als jemand anders, aber ich finde, es ist kein Wettbewerb. Ich finde, wir alle sollten uns bemühen, mehr und mehr in diese Thematik einzuspitzeln, uns mehr damit zu beschäftigen und so tierleidfrei wie möglich leben. Von bis. Von der Kleidung bis zu den Büchern, von der Ernährungsweise bis zum Autobezug. Von bis. Soweit es euch privilegierten Menschen da draußen möglich ist. Immer mit dem Hintergrund, es gibt Menschen, die es sich nicht aussuchen können. Die ich weltweit kennengelernt habe, die können nicht auf Fisch verzichten, weil es deren einzige Nahrungsquelle ist. Die können nicht vegan sein. Wir westlich geprägten, überprivilegierten Menschen, wir können vegan sein. Jetzt schreiben bestimmt auch wieder, ich lese den Chat schon gar nicht, weil das ballert hier komplett durch. Schreiben bestimmt auch welche, aus gesundheitlichen Gründen geht das nicht. Und so weiter. Heute Morgen habe ich erst einen Artikel gelesen, Kathi Hummels gibt vegane Ernährung auf, weil sie damit nicht gut klarkamen. Jetzt geht es ihr viel besser. Von bis. Am Ende ist es immer eine sehr individuelle, sehr eigene Entscheidung, die polarisiert, die schwer ist, die wehtut, die, und das ist das Wichtigste am Ende, aber immer Tieren wehtut. Und je mehr Veganer es gibt, desto weniger Tierleid wird es geben. Punkt. Sehr einfach. Wenn alle Menschen vegan leben würden, würde ja kein Tier mehr leiden. Das ist eine ganz einfache Sache. Und warum ich mich zum Beispiel für eine vegane Ernährung entschieden habe, war, und das wundert mich tatsächlich bei mir selber, jetzt muss ich mal ganz ehrlich mit euch umgehen, war nicht das Tierleid. Das habe ich einfach ausgeblendet. Ich habe natürlich immer noch Knackwürste gegessen, Alter. Ich habe das einfach, Mann, das war mein Lieblingsessen. Ich habe früher immer gesagt, wenn ich alleine auf eine Insel müsste, was ich mitnehmen würde, drei Gegenstände, früher war das immer ein iPod, Knackwürste und eine Taucherbrille. So, Knackwürste waren mein Leben. So geräuchert, ganz hart geworden und dann kleine dünne Scheiben. Aber wenn man sich damit beschäftigt, wer Schweine sind, dass es einzelne Individuen sind, dass es lustige Schweine gibt, ängstliche, also dass dann dieses Produkt nicht als Schwein kategorisiert oder als Fleisch, sondern dass es individuelle Personen quasi sind, dann kannst du sowas nicht mehr essen. Also ich nicht. Also du kannst es aus Tierleidfreiheit entscheiden, du kannst es für die Umwelt entscheiden, weil Fleisch natürlich einen wahnsinnigen Impact auf die Umwelt hat. Ich rede jetzt nicht von erjagten Fleisch, was anderes. Oder Artisanal Fishing, also lokales Fischen, nicht ausrottungsfähige, großindustrielle Fischer, Tierleidfreiheit, Gesundheit auf den Menschen. Es gibt genügend Filme im Internet von Dominion, Earthlings, Cowspiracy, ähm, wie hieß das Ding mit den Athleten? Scheiße, wieder vergessen. Ich empfehle es doch sonst immer, guck diesen Film. Also du kannst dich noch für die Gesundheit, für deine eigene, für Veganismus entscheiden, weil es, jetzt muss ich vorsichtig sein, in der letzten Zeit natürlich mehr und mehr Hinweise, Studien und so weiter gibt, die darauf hinweisen, What the health? Game Changers. Dankeschön. So hieß der Film. Danke, Chad. Die darauf hinweisen, dass vegane Ernährung gesünder ist. Punkt. Nicht so viel Krebs auslöst, kein Krebs auslöst. Guckt euch, guckt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, guckt euch die Filme dazu an, gibt genug Dokumentation, beschäftigt euch mit dem Thema. Der Tiere wegen, der Umwelt wegen, deiner eigenen Gesundheit wegen. Es gibt genug Gründe, sich dafür zu entscheiden. Ich habe mich letztendlich entschieden, der Umwelt wegen, weil ich den Impact gesehen habe, den gerodete Regenwälder für Kettle Farming auf den Amazonas Regenwald haben. Kommt mir jetzt nicht mit dem Soja-Anbau-Argument, das ist nichtig, es wird von den Veganern sowieso zerlegt, hört auf, auf so eine Scheiße zu schreiben, weil ich die Milchviehbetriebe gesehen habe, weil ich die Pelzfarm gesehen habe und so weiter. Also Ernährung, Tierleid und letztendlich, ganz ehrlich gesagt, auch für meine Gesundheit. Da bin ich ein ganz egoistischer Typ und habe gesagt, ich möchte gerne so alt werden wie möglich, ich möchte keinen Scheißkrebs kriegen, ich möchte so gesund leben wie möglich, ich möchte athletisch sein, bleiben, werden und das ohne tierische Produkte. Und ich kenne jetzt mittlerweile genügend Sportler, zum Beispiel auch ein Stefan Pütz lebt überwiegend vegan und das ist die ultrakrasse Monster-Maschine. Also alles, was ich am Ende sagen will und das ist jetzt vielleicht genug der Einführung, die jetzt auch schon minutenlang geht zum Thema mein Veganismus. Ich lebe so tierleidfrei, wie es mir möglich ist. Ich ernähre mich überwiegend vegan. Nichtsdestotrotz benutze ich noch tierische Produkte, die ich besitze und die noch funktionieren, zu Ende. Ich esse auch mal ein Hühnerei von den sechs persönlichen Hühnern, die ich kenne, die bei einer Freundin von mir leben, die das Ultra-Luxus-Leben führen. Ich besitze ein gerettetes Haustier. Auf Expedition, wenn ich keine andere Chance habe, im Ausland, im Dschungel, bin ich nicht vegan, wenn es das mal erfordert, aber auch hier die Verhältnismäßigkeit sehen, ein oder zwei Nahrungen pro Jahr. Immer auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Ansonsten verhalte ich mich so vegan wie möglich. Aber wenn es jetzt um Leben und Tod ginge und ich ein Medikament nehmen müsste, was aus Tierversuchen kommt, was mir mein Überleben sichert, dann würde ich es machen. Aus aktueller Sicht. Punkt. Ich arbeite mit vielen Veganern, ich arbeite mit veganen Organisationen. Auch die drücken für mich manchmal ein Auge zu, weil sie eben nicht ultra-radikal sind. Ultra-ultra-radikal sind ultra-radikal, aber nicht ultra-ultra-radikal, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich versuche, die Produkte in meinem Shop zum Beispiel so vegan wie möglich zu machen. Das Maximum rauszuholen. Klamotten einkaufen. Von bis. Ich versuche, so vegan wie es mir möglich ist, zu leben. Punkt. That's it. Das ist meine Aussage dazu. Aber es gibt auch Dinge, wo ich keine Ausnahme habe. Ich esse keinen Fisch. Punkt. Das schon seit fast einem Jahrzehnt. Oder länger. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber ich esse schon ewig keinen Fisch mehr. Oder keine Meerestiere. Da bin ich Speziesist. Das wird mir übrigens auch häufig vorgeworfen, dass ich mich, also das wurde mir, bevor zum Beispiel die Milch- und Pelz-Reportage rauskam, wurde mir immer wieder vorgeworfen von den ganzen Internet-Helden. Robert, du setzt dich nur für deine Fische und Meerestiere ein. Warum nicht für Nutztiere? Mann, man kann ja auch nicht immer alles machen. Und ich setze mich natürlich grundsätzlich für alle Tiere ein. Aber meine Prämisse sind natürlich grundsätzlich erstmal Wildtiere, Zoos, Aquarien, draußen Natur. Aber natürlich auch durch meine Ernährung und durch die Leute, die ich kenne und das, was ich getan habe, auch die Nutztiere. Übrigens hasse ich diesen Begriff Nutztiere. Ich finde nicht, dass man Tiere nutzen sollte. Vom Reiten bis zum Essen. Das finde ich alles scheiße. Aber am Ende bringt dieser Whataboutism und das, du rettest ein Tier und dann kommt jemand und sagt, warum rettest du nicht das andere auch noch? Nun bleib doch erstmal dabei. Ich will mich jetzt auch gar nicht zu sehr verzetteln. Alles, was ich sagen möchte, ich würde mir wünschen und meine Community ist ja eh eine geile. Ihr da draußen, die ihr das Video schaut, seid ja eh geil. Lebt einfach so tierleidfrei, wie es euch möglich ist. Denkt immer an die Tiere. Punkt. Als aller, allererstes. Danach an euch, an die Umwelt und so weiter. Aber denkt auch immer mit an die Tiere. Wie geht es diesen Tieren? Wie fühlen die? Und auch die ganzen Landwirte, die mir kommen mit Biomilch und Biofleisch. Na, ihr streichelt ja eure Kühe nicht zu tot. Die Zootierpfleger, die sagen, habe ich heute erst wieder irgendwo gelesen, die sind auf die Freiwilligkeit ihrer Schützlinge angewiesen. Kein Tier ist freiwillig im Zoo, Alter. Von bis. Lebt einfach so, dass ihr niemandem wehtut. Egal ob Mensch oder Tier. Sehr einfaches Ding. Und versucht das. Nichtsdestotrotz bin ich auch immer noch für Tierleid verantwortlich. Ich weiß nicht, ob all meine kosmetischen Produkte zum Beispiel, doch, da weiß ich es tatsächlich. Ich kaufe ja nur vegane kosmetische Produkte. Ich kaufe nicht immer nur vegane Klamotten, weil einfach nicht alles vegan ist. Auch ich bin nicht tierleidfrei. Deswegen prangere ich auch niemanden an, der immer noch für Tierleid mitverantwortlich ist. Also wer im Glashaus sitzt, der Erste soll mit Stein, ihr wisst, was ich meine. Also ich glaube nur, dass Menschen mich angreifen können, die auch zu 100% selbst vegan sind. Punkt. Ein anderer Faktor, den ich hier mal mit ins Spiel bringen möchte, den man nicht unter den Tisch kehren sollte, wenn man sich die Kommentare unter all meinen Videos anschaut, die Nachrichten, die E-Mails durchgeht, die ich bekomme, viele, viele Hunderttausende, da lese ich, nicht, ey Robert, dank dir esse ich wieder Bratwurst, sondern Robert, dank dir bin ich Veganer. Wegen Robert bin ich vegan geworden. Robert, wegen deiner Einstellung, wegen deinem Buch, wegen deinem Video, wegen deiner Aktion. Und das seit Jahren. Ich habe keine Zahl für euch, aber wenn ich jetzt eine Schätzung abgeben müsste, würde ich sagen, dass ich Tausende, Zehntausende, wenn nicht sogar Hunderttausende Menschen inspiriert habe, tierleidfreier zu leben. Mit meiner Argumentation, mit meiner Einstellung, mit meiner Lebensweise, mit meinem Tun, Schaffen und Dasein auf der Erde, glaube ich, dass ich viele, viele tausend Menschen dazu inspiriert habe, tierleidfreier zu leben und auch Veganer zu werden. Super viele Leute schreiben mir, Robert, wegen dir bin ich vegan. Und mit super viele meine ich nicht 10 am Tag, sondern Hunderte. Und wenn du hier jetzt in den Chat guckst, sehen das die Leute auch so. Und ich glaube, dass der Impact, den ich habe, mit der gesamtheitlichen Betrachtungsweise von Aquaristik, Tierversuche, Pelz, Milchindustrie, Ernährung, Essen, Menschen auf der Welt, Expedition, vegane Klamotten, selber auch Unternehmer bin in diesem Bereich, von bis, dass ich einen sehr guten Überblick habe, darüber, wie sich Menschen verändern, verhalten und so weiter. Und dass auch diesen Wandel, dass ich den mitbekomme. Und ich glaube, dass ich da einen sehr guten Impact auf die Menschen habe. Das würde ich mir jetzt mal selber so auf die Fahne schreiben. Punkt. Ihr schreibt das hier auch so. Ja? Wow. Das war die längste Einführung zu irgendeinem Video, die ich, glaube ich, je gegeben habe. Ich bin wieder so.